Dieses Wochenende geht es los, der Likamundi-Kongress zur bestandenen Überprüfung zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Und es ist besonders spannend für deine ganze Lerngruppe. Kommt gemeinsam, holt euch gemeinsam wertvolle Unterstützung für euer weiteres Lernen, kostenlose Inputs, wesentliche Struktur, Hilfe, worauf kommt es an. Also nimm deine ganze Lerngruppe mit und komm zum Online-Kongress für die bestandene Prüfung. Wir freuen uns auf dich.